Auch ein Stück weit selbst in die Bredouille. Harter Check. Das ist natürlich jetzt dabei wie bei Reutern Kochen, weil der Check war hart. Und dann ist das auch noch der Torschütze. Ja, aber den Schiedsrichter anlangen sollte der Tiger auch nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Läuft dann Schiedsrichter hin und Eddie Hormjakovs war es mit dem 5 zu 5 am Rande erwähnt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.